Schreie. Endloses, ohrenbetäubendes Gebrüll. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren und wo kommt auf einmal diese Bombe her? Willkommen zurück zu TTT. Oh, ich bin Detective. Hier klingen alle. Hallo Detective Wintercracker. Detective Velsus. Ich. Vielleicht bin ich auch. Es ich. Vielleicht bin ich auch. Warte, ich bin Wintercracker. Warte, ich bin Wintercracker. Wer ist Krater Wintercracker? Wer ist Krater? Hier geht's runter. Das ist Maudado. Eventuell ja du. Ja, vielleicht ich. Maudado ist es bestimmt. Oder wer auch? Könnte es auch Isen sein? Okay, hier, die goldene Waffe. Ich hab dich im Visier, nein. Ich war gerade. Ich bin jetzt nicht mehr. Ja, hier, Odin hat mich auch im Visier. Hier ist das Schicksal. Alle haben mich im Visier. Hier. Diehst du euch ab. Das ist in den Kopf. Doch, das ist die. Das ist nicht Schicksal. Du lügst doch. Das ist Schicksal. Okay, schade. Okay. Ich bin für Isen. Oh, die? Ich hab das Schicksal. Ich bin für Adi. Ja, das ist Schicksal? Okay, dann los. Ich will auch schießen, bleib stehen. Ich will schießen. Wenn ich jetzt sterbe, bist du Traitor. Das ist Zorn-Train. Wenn ich jetzt sterbe, bist du Traitor. Das ist das andere Schicksal. Okay, okay. Los. Oh Gott. Hä, ich verstehe gar nichts. Hä, hä, ich bin doch kein Traitor. Alter, habt ihr Isen nicht zugehört? Hä, ich raff gar nichts. Hä, warum schießen jetzt alle auf mich? Ist das merkwürdig? Alter, den Traitor-Traitor. So offensichtlich gewesen. Hallo, Maudado. Du hast alles, ich hab auf einmal nur noch Schreie gehört. Das war einfach nur das entdeckende Schauspieler. Man denkt nur noch, oh Mann, der wird übersteuern. Der wird übersteuern, der wird übersteuern. Ich kann nicht mehr spielen jetzt. Übersteuer dich, wenn ich schreie? Niemals, nein. Nein, es ist lieblich. Liebliches Gebräu. Lieblich, ja, ja, ganz zart. Die schreiben immer in die Kommentare bei mir, ich liebe es, wenn Maudado übersteuert. Ja, ja. Bitte übersteuer öfter. Ja, übersteuer bitte nur noch. Ich, ich, ich schau mal. Und du sollst übersteuern reden. Wow. Was macht ihr hier, ihr seid so? Oh, Wintercracker. Bleibt weg. Ich will dich beschützen, Mann. Ich will dich beschützen. Bleib weg, bleib weg. Ich bin ein Hilfs-Sheriff. Oh, jetzt soll's gehen. Hilfs-Sheriff. Zieh dich auch gar nicht an, wenn du nicht möchtest. Warte, warte, warte. Wer ist Hilfs-Sheriff? Ich bin Hilfs-Sheriff. Ich vertraue, ich warte. Ja. Du traust auf jeden Fall, Holly. Gib mir die Waffe. Nein, nein. Aua, mich hat jemand angeschossen. Wie ist für den Hilfs-Sheriff? Ich werd schon wieder angeschossen. Nee, nee, nee. Das war jetzt ich. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Hey, 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 Ethan. Das war jetzt ich, Ethan. Ja, ich hab's genau gesehen. Ethan. Ich blute. Ich hab es genau gesehen. Warte mal, warte mal. Wintercracker. Es muss Oli sein. Er schießt ihn. Auf Ethan wurde schon wieder ge... Hä? Ich blute oder sowas. Ich blute. Der wurde weggesniped. Der wurde weggesniped. Der wurde weggesniped. Ich hab ne Schrofflüte. Ich hab auch ne Schrofflüte. Oh Gott. Ich hab nur die goldenen Giegel. Was ist es? Es ist so anstrengend. Äh, ist innocent. Ist innocent. Ja, ja. Oli, Ethan, es sind alle da. Ich würd sagen, es ist Oli. Alter, wieso ich? Wieso krieg ich Schaden? Ich bin nicht getroffen. Hast du gerade so eine goldene Waffe? Oh Gott. Habe ich mich erschreckt. Oh nein. Oh Gott, Wintercracker. Oh nein. Puh. Alter, ich erschreck mich hier die ganze Zeit. Ich wusste es, Oli. Ich wusste es. Hab ich übersteuert? Nein, nein. Alles gut. Alles gut. Okay, 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 okay. Wir machen jetzt mal. Okay, kauf den Radar, Oli. Dann siehst du, wo er ist. Äh, nein. Ich hab das andere gekauft. Jetzt weiß er nicht, wo ich bin. Wo ist er? Hilfe. Wo ist er? Ich habe das Gefühl, sein Fadenkreuz ist über meinem Kopf. Wo ist er? Hä? You're a magician. Wo bist du, Mann? Ich hab Angst. Bam. Ich will ihn nicht töten. Nee? Ich hab so ein langes und erfülltes Leben noch vor mir. Ja, 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 ja. Ja? Ja, red nur weiter. Okay. Hallo? Ich rauch hier so ein bisschen. Oh, kommst du mal rüber hier zum LKW? Zum LKW? Zum Bus meinst du? Ich hab voll den crazy Stoff. Nee, den ungekippten LKW. Ach, da hinten. Ja, okay. Kannst du mich dann da wegsnipern? Nein, kann ich nicht. Bitte, bitte ein Gramm wegsnipern, bitte. Ein Gramm wegsnipern, okay. Ja! Das war gar kein Sniper. Ich hab ja gesagt, das ist holl ich. Dafür kriegst du einen von fünf Sternern. Wie kamst du denn drauf? Das war die erste Runde. Auf deiner Profilseite. Ich hab gemerkt, dass man einfach immer nur beschuldigen muss die ganze Zeit. Ja, genau. Ja. Ja. Okay, ich werd nie wieder win. Ich bin's. Schuldig mich selbst. Jason, das hast du nicht richtig verstanden. Ach, weiss. Was machen wir mit den Hütchen? Ja, warte. Ich schieb dich jetzt mit dem Hütchen ins Loch. Okay, los. Mit dem Hütchen kann man einige Dinge machen. Ich bin jetzt der freundliche Spieler. Ich geh langsam ins Loch. Ich bin Detective, lass mich hier oben. Wow, das war ich nicht. Wer war das? Ich hab's geworfen. Ich hab's geworfen. Ich hab's geworfen. Holly hat geworfen und Holly ist Detective. Nee, ich bin's. Das war Odin. Odin, Odin, Isen. Wintercracker. Was denn jetzt? Ich bin Detective. Odin, Naka, Wintercracker. Hört auf Namen zu sagen. Ich kenn euch doch alle. Ich weiß nicht, warte mal. Der Bergmann. Eine Heelstation? Wollt doch keiner verletzt. Maudado. Warte mal, eine Healthstation, wer braucht das jetzt? Ja, dann gibt's doch eine Healthstation. Mir fehlen viel HP. Nehmt sie. Eine Healthstation. Eine Healthstation. Geht alle in die Hölle. Ach, Mann. Ach, die Hölle ist leer. Oh, Mann. Okay. Sieht ganz unbedrohlich aus mit euren Waffen. Okay, ich... Warte, dann mach ich auf Magneto-Stick. Okay. Ich hab meine Waffen einfach weggesteckt. Wird alle eure Magneto-Sticks raus, bitte. Da sind wir nun. Achso, ja. Magneto-Sticks. Ja, wir können einen neuen X-Men drehen. Okay. Komm nicht so nah ran hier. Der Magneto-Stick. Ich bin nicht Täter... Ich brauch keinen. Holly auch nicht. Guck mal, Holly hat eine Waffe. Holly ist Traitor. Achso. Oh, äh, Magneto-Sticks. Ja, wenn der Träger ist, dann darf er das. Okay. Aber ein. Alles gut. Was macht Holly da gerade? Ja, jetzt steht auch... Wir machen einen Turm. Ich will mit. Ich will mit. Du musst auch... Kann ich aufstehen? Achso, ich muss... Du stehst schon. Ach, schade. Na gut, dann halt nicht. Will jemand mit dem goldenen Schicksal irgendwie rumballern? So, jetzt kommt noch einer hoch. Ja, ja, gib mal her. Odin, komm, hör her. Ja, wirklich? Hör hoch. Oh, ja, hör damit ich... Okay. Holly, komm mal ein bisschen zu mir in die Richtung. Genau. Warum kommt ihr nicht näher zu dem Auto? Jetzt kann Odin herklettern. Wieso macht ihr hier so Faxen? Ähm, damit gleich jemand eine Bombe zünden kann. Oh, das wäre... Helf-Station? Das wäre zu einfach. Wie das denn? Ganz unten, dort eine Waffe. Oh, dort, dort eine Waffe. Rennst! Oh Gott, redst weg. Oh, nein. Nein, bleibst du ihm, bleibst du ihm. Ja, nur ne, okay. Okay. Zwei Helf-Station, kann mir das jemand erklären? Tauschst du denn eine goldene gegen silberne? Ja. Hör hoch sind jetzt zwei Helf-Station. Warte, 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 warte. Es gibt eine, die explodieren kann. Oh, die piepst dann. Oh, Gott, da schießt Mordade auf mich. Hilfe, Gefährliche. Ach, ich hab mich... Hihihihi. Das wäre echt super witzig. Die hab ich da hingelegt und hab mich angeguckt und nichts gesagt. Ja, ich hab mich da gewundert. Was war denn da los? Ja, ich hab die Bombe-Station gelegt und dann hat irgendjemand alle in die Luft gesprungen. Sprengt mir der Bombe-Station. Ich hab's in die Luft gesprungen. Sprengt. Ja, hier ist er. Da hast du sie ja. Ich hab's nicht. Das ist eine normale Pistole. Nein, das war nur eine normale Pistole. Nee, das ist nur eine normale. Wow. Aua. Oh, Gott. Hey, wie macht er? Wer schießt denn da die ganze Zeit? Ich? Ich balle mit meiner Waffe rum, weil es die falsche ist. Ich bin verletzt. Wo sind denn die anderen drei? Der wirkt verdächtig auf mich. Warum bist du schon verletzt? Wegen der Bombe da, die da hochgegangen ist. Wie schafft ihr das? Ich seh da nie was. Was ist für eine Bombe? Wo ist hier eine Bombe? Da vorne, neben dem LKW. Aha, aha, aha. Wer ist dein Detektiv? Aha, aha, aha. Ich bin Detektiv. Entschuldigung, ich wollte noch mal fragen. Das ist ja super. Deswegen mache ich auch Aha, aha, aha. Aha, aha. Denn ich ermittle gerade. Alter. Holly. Ja? Ich habe einen Hinweis. Okay. Erzähl ihn mir. Ich werfe meine Diegel in die Richtung. Da gibt es einen Hinweis. Ähm. Hm. Okay. Also Winterkacker sollte den Hinweis schon sehen. Da gibt es, da ist Blut. Ja, da ist Blut auf dem Boden. Ich bin schön, wie Winterkacker einfach nur reinschaut und nichts sagt. Was denn? Ach, da ist eine Leiche. Oh. Da ist eine Leiche? Ähm, Isen. Isen. Schau mal in den LKW rein. In den weißen LKW. Da ist eine Leiche, glaube ich. Ja, warte mal kurz. Schau rein da. Oh, oh. Wieso warten? War kurz AFK. Zombie ist es? Zombie ist es? Du warst kurz AFK. Ich war kurz AFK. Der LKW wird noch blutiger. Zombie ist es? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Isen? Isen? Hast du Zombie gesehen? Ich bin es doch gar nicht. Ich wollte dir helfen gerade. Es lebt, es ist Isen auch noch. Isen, ich hab dich im Blick. Wenn du jetzt nicht in den LKW reinguckst, dann erschieß ich dich. In den LKW soll ich reingucken? In den LKW. Okay, warte, ich guck rein. Holly, es lebt ja noch ein... Hier ist niemand. Es ist Zombie und es muss Isen sein. Nein, nein, da ist niemand drin. Alle sind tot. Odin ist es nämlich. Ja, ich glaub... Der LKW ist leer. Dann knallt, ey, Isen, Odin, knall dich ab. Okay, los geht's. Knall dich ab. Knall dich ab. Tritt nix. Do it. Ich geh ihn gucken. Ich geh ihn gucken. Halt Augen aus nach Zombie. Ich kenn den. Okay. Hä? Was? Was ist da passiert? Das war schön. Aua. Oh Gott, das war gruselig, ey. Krass. Ich hab einfach genau mit einer Kugel seinen Kopf aus Versehen getroffen. Aber ich war eh gefragged von Isen. Das war ein männliches One-on-One. Ich weiß gar nicht, ob ich dich gut getroffen hab. Ich glaub, ich hab nur daneben geschossen. Ja, die ersten zwei Male. Aber danach nicht mehr. No. Oh. No. Genau, einmal mehr und ich wär tot gewesen. No. Was ging jetzt hier so ab? Quacker, warum hast du mich nicht verdächtig? Weil wir das mit der Bar nicht ganz verstanden haben, glaub ich. Woher soll ich denn wissen, dass da eine Leiche drin liegt? Woher soll ich denn, dass da eine Leiche drin liegt? Ich will dich denn, dass da eine Leiche drin liegt. In der Leiche drin liegt.